wenn wir da alles da fällt eigentlich nur wenn kevin kriegt ich hab dich oh lieb mein schatz wobei das letzte mal hat er eigentlich gut abgeräumt letzte woche ich werde gerade hatte kill einfach zwei ist jetzt schon einmal passiert ja ja mach mal mit dem auch mit dem blog die ich möchte es ja kommt da kann man nur gewinnen wird mal 1000 auf uns ja gut das ist kein last team sending es ist ein reines team das match so schauen wir mal wir können aber so kriegen können ich renne natürlich morgens rein ich habe es dann ist es der match ja dann habe ich ja noch genug zeit kennen wir haben gerade so asynchron gleichzeitig eine rolle gemacht den falschen den falschen anvisiert man kräft direkt neben mir wo zieht dahin zu slender 20 krimi dabei steht joe kevin hat gelernt köpfe zu machen alter ja das waren euch zwar beide was meines kopfschütze bei euch davon wo aus sie schießen können keine google hätte ich getroffen doch wissen aber ich habe auf den kopf gezielt nach helfen wenn du morgens die acht maske die hilft dem eigentlich doch nicht aber ich habe jetzt einfach gedacht jawohl einfach dauerfeuer und was passierte rücken kommt in dem moment raus ach das ist das blonde von mir ja ich habe es zu spät gesehen alles gut ja nee alles gut in dem moment war es aber schon zu spät passiert ich gucke die falsche richtung jetzt gibt es nicht zuerst natürlich trotzdem ja du hast aber nicht getroffen ich höre schon der autos markus finger weg man kommt hier ähnlich schreiben im auto du findest schon immer ein weg irgendwo ach der steht der ja aber wieder das ist nicht wahr das waren wir diesmal nachgeladen scheiße es war aber diesmal auch ein headshot aber egal alles gut wo sind sie denn das frage ich auch gerade da neben mir das problem du siehst du liest die leute ich habe dich auf der karte dann in dem moment auch da fällt mir um der will die umfallen ich habe schon gebrochen dass du daher kommt ich habe sie beide alles gut schwul scheiße für zwei seiten eingekesselt worden aber da haben wir wieder zurück ich habe gesagt bekommt von anderen seiten da schon wieder von zwei seiten das kann nicht sein für zwei leuten aufeinander ich habe mich doch hat mich doch doppel geh lassen gerade ein bisschen sterben gerade ein bisschen zu häufig das ist nicht wahr der zieht aber ich will auf dich ziel wenn du neben mir stehen und was passiert er schießt das mal die andere richtung hat jetzt ab dem schein von wo mich wort verwirrt aber ist nicht schlimm ich habe die richtung ja in dem moment wo ich mir markus gold habe kam dann noch in riko die ecke ich habe es aber auch gesehen wurde er gab es abgesehen davon ja wo wäre es ja keine munition alles muss die ganze rum latschen und zusammen ist ja das wird sehr wahrscheinlich an euch gehen die das waren gerade ein ziemliches rollen aber immer zu viel den markus hatte ich aber da war er in riko einfach zu viel beide wie ein stein umgefallen herrlich was jetzt jetzt kämpfer markus oder was ja scheinbar die ja gut die zeit spricht jetzt für die da vor allem selber stehen sie an der wand und gucken auch kämpfen die anderen jetzt das war gut ich rolle zwei schiffe zack in die boppen ins gesicht oh enrico da wollte es gut die das war auch gelohen scheiße aber da ist er nein der nächste von der rückseite ich habe noch gehört irgendwo laufen ich habe deinen schatten gesehen ja ich habe deine schritte gehört aber viel gesagt alles ist okay ja ich habe ihn noch ja aber damit ja ich habe es leider nicht mehr verhindern das sagt auch immer bevor er zu spät raus zieht das war jetzt zu much die kenne sich weiter aus dann machen wir zusammen ja ja genau die menschen hinter mir weißt du ich wollte sagen ich habe die schritte in der mir gehört aber ich finde es lustig dass ich immer eine morgens habe ach warte ja ich habe ihn gesehen alles gut aber im moment zieht er wieder komisch nach links weg ich habe mich gerecht auch wenn das nicht mir bringt ja alles gut aber ich renne genau in seiner ordnung ich habe es gerochen oder hat es gesehen das mit gespürt ja du hast es gesehen bevor es im gesicht landet ach mal ab warum siehst warum zieht ihr eigentlich wenn ich da vor der schlacht weiter denn hier haben aber wir brauchen doch noch keine schlechte runde höchstwahrscheinlichkeit weiß eine wache rückstoß hat nee das hat damit zu tun jetzt sieht aber grundsätzlich erstmal die in höhere das ist jetzt drei vier meint aneinander passiert ich habe genau 1,0 ich habe fast so viele kids wie es wenn gestorben nein alles gut aber Höchung.